Zahnfeld aktiviert Ich will hoffen, dass es hat weh, Schwuchtel Boom, noch ein Raketen Noch ein Raketen, auch geil ausgedrückt Ja, ich hab's drauf Zahnfeld aktiviert Alter, schon im Arsch, nein Schade, wär ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein Zahnfeld aktiviert Dann auf ein neues Tarnung an Auf, auf Scheiße Daraus wurde nichts Ach komm, schieb ab hier Hast'n Raketenwerfer Schlag Dings da Uiuiuiui Zeit für'n Positionswechsel Tarnfeld aktiviert So Tarnfeld aktiviert Schon scheiße, wenn man so blöd ist, ne Die muss hier raus Alter Schwede, ey Komm schon, der kann nicht mehr viel schlucken Der ist schon fast erledigt Tarnfeld aktiviert Ach so, jetzt schieße ich durch ihn durch, oder was? Ich glaube, es hackt bei euch Was soll'n die Scheiß-Nummer hier? Na los, geh Tarnfeld aktiviert Okay, wohin? Hier hin? Ja, mach ich doch glatt Allerdings vorher Ich hab 15.820 Na, ich kaufe mir momentan noch nichts Ich warte mal noch ein bisschen Und schau doch mal, was es noch so Angenehmes gibt, was ich unbedingt haben muss Ach was Ist ja nicht so, dass mir das mein Anzug eben schon gesagt hat Ja, mach ich Hey, Anzugtypen zuerst Oh Gott Das sieht pervers aus Und jetzt kommen die Sporen und alle sterben Ja, genau Ja, bollert drauf Zeit für Höflichkeiten Sie haben es mit einer Vernichtungs-Biowaffe Jenseits ihrer Vorstellungskraft zu tun Sie und ihre Männer sind in 90 Sekunden tot Okay, schieß los Wenn Alcatraz meine Anweisungen nicht genauestens befolgt Zyklo 4, halt Zurück auf Operationshöhe Was geht ab? Aha Oh, klasse Und wie? Wie bei dem im HM Sabotiere den Bilienspeer Die Sporenexplosion erfolgt in Kürze In etwa 20 Sekunden Sie müssen die Sequenz jetzt abschließen Okay Einen kleinen Moment nur Wenn der Anzug auch nur annähernd so gut geworden ist, wie geplant Zyklo 4, landen Sie und nehmen Sie uns auf Verstanden Wir gehen runter Okay Was kommt jetzt? Ah Geil Ja, jetzt werden die mal hier Statt gemacht Ausgezeichnet Jawohl, ja Jetzt haben wir endlich mal ein bisschen die Oberhand hier Oh, wir sind mal wieder tot Na los, komm, lebe Und nochmal Jawohl Oh, das Ding steht immer noch, oder was? Ja Das schaffen wir Ich kann mich aber auch nicht fahren, oder so Hä? Ach so Oh Wow Alter, wie geil Ich will auch so ein Denk haben Nicht schlecht, nicht schlecht Ah Ich bin gespannt, wie es weitergeht Geil ey, richtig geil Ich bin gespannt, wie es weitergeht Ich bin gespannt, wie es weitergeht Gut, was vom Teufel machen Sie immer noch in der Stadt Sie sollten evakuiert werden Glauben Sie, wir hätten es nicht versucht? Sie haben uns überrannt und den Scheiß Zug zum Entgleisen gebracht Auf halber Strecke nach Harlem Hören Sie mir jetzt zu Wir müssen zum Prism Das ist die einzige Hoffnung Wenn es Antworten gibt, dann hat sie Hargreave Sie müssen Alcatraz reinschicken und ihn rausholen Oh ja Ab zum Prism Ich weiß gar nicht, welche Insel das jetzt ist Wie die heißt, oder so Naja Oh ja Laden, meine Fresse Da schmiert das Spiel tatsächlich ab Beim Laden Kranker Scheiß Oh Na da Ich habe mehrere Risse in den Treibstoffleitungen Im Tank auch Wir bluten aus wie ein abgestochenes Schwein Ich muss sie direkt am Südende absetzen Tut mir leid Okay Anschnall und Ausrüstung verstauen Wir hören diesen Typen aus dem Sinkrecht starten Bereit? Absprung in Kürze Ich gehe so tief wie möglich, aber wir fliegen nur noch mit Dämpfen Nice Oh, haben wir noch was abbekommen? Okay, dann los Ja, danke Werd ich nicht brauchen Ich weiß nicht mehr, ach da Ja, ich baller Boah Aber sie müssen vorsichtig vorgehen Lockhart hat seine Elite auf der Insel positioniert Ich losse sie so gut ich kann Okay Aber meine Sicht ist Nun Sagen wir Ziemlich eingeschränkt Infiltriere Roosevelt Die nach Norden Richtung Das Tarnfeld aktiviert Oh, das ist ja einfach hier bei den Kollegen Zack Tarnfeld aktiviert Tarnfeld aktiviert So Da haben wir noch zwei Kollegen Tarnfeld aktiviert Oh Wollen die noch mehr in den Tod schicken Nö Schauen wir mal Vielleicht sollten sie ein wenig vorsichtiger sein Oh, läuft er mir hier auch noch voran Ist da hinten noch einer irgendwo? Nee Achso, ein Denkmal Okay, was bringt das? Gucke ich mir gleich an Wirklich, Kumpel Wirklich Ach Immer dasselbe Ach, da oben ist ein Scharfschütze Aha Da haben wir ihn ja Kann ich aber auch So Das wäre geklärt Was haben wir hier? Na ja Kann ich mit dem Auto fahren? So richtig schön dezent Ich höre Feinde So, dann schauen wir mal Da ist einer Da ist einer Da ist einer Da ist noch einer Da ist noch was Da ist noch was Sehr gut Das wär's dann wohl Mit diesem Gebiet hier Verdammt Ja, halt da auch schon in die Richtung Das ist gut Ja, mehr Opfer So Ach komm Kleines Würstchen Was willst du Scheiß Kavolt ey Verdammt Ja, das war klar Die Kavolt hat mir hier das Leben gekostet Scheiße Ich lotse sie so gut ich kann Aber meine Sicht ist Nun Sagen wir Ziemlich eingeschränkt Infiltrierer Who's World Island Je nach Norden Richtung Toast wird aktiviert Zack Erstmal eine Knallen Alter Diese Kavolt Ne Das darf nicht wahr sein Die geht mir so auf den Keks Ne Ach Quatsch Vorsichtig So Boom Oh, voll in den Rücken Lern schießen, Junge Lern schießen So So Dann gehen wir doch mal Lern schießen, Junge